hallo und herzlich willkommen zurück zu der sims 4 wir sind wieder am start und in der letzten folge liebe freunde haben wir uns verwandelt und ihr habt mir geschrieben in die kommentare geh nicht so oft raus sonst verbrennt unsere liebe mia weil die ist ja jetzt quasi ein bisschen anfällig was sonne angeht da müssen wir natürlich jetzt ein bisschen immer auf sie achten dass sie da draußen nicht verbrennt seltsamer durst weil vampire geworden ist so durstig aber wasser genügt irgendwie nicht mehr also sie möchte jetzt gerne was anderes haben puppenhaus zertrümmern ja alles klar bei dir auf jeden fall haben wir die vampire energie und natürlich unser bestreben und wir haben kraftpunkte da können wir mal eben rein gucken wie sich jetzt genau verhält weiß ich auch nicht ich weiß nur dass wenn man was gutes aufbaut muss man auch was schlechtes dafür haben also wir kommen nicht drum rum liebe freunde wir können sie nicht perfekt gestalten aber wir geben unser bestes so wir haben vier kraftpunkte zurzeit und ich glaube wir können so ziemlich alles hier unten lernen ich guck mal eben wir fangen mal hier an persönlichkeit entblößen finde alles über die merkmale eines anderen sim heraus vergiss langweilige konversationen und lerne andere richtig kennen mia geht der persönlichkeit eines sims auf den grund indem sie einen direkten blick in der in sein frontalhirn wirft okay schon mal nicht schlecht an fledermaus gestalt er erhalte die fähigkeit als fledermaus überall hin zu fliegen das gefällt mir schon gut niemand verdächtigt eine fledermaus und niemand käme auf die idee dass mir als fledermaus herumfliegt als ultraschall aussehende kreatur der nacht kann sie hier her und dort her fliegen und findet dabei vielleicht sogar die große liebe ja die große liebe haben wir schon in macy base gefunden aber das hört sich auf jeden fall gut an so rum zu fliegen das finde ich glaube ich am besten bis jetzt wir hatten ja auch noch nicht viel auswahl so halluzinationen hervorrufen sorge dafür dass ein anderer sim mit sich selbst redet jeder braucht einen freund nicht wahr aber was ist wenn sich mia diesen freund nur ausgedacht hat und er gar nicht wirklich existiert nimmt niemand wird es merken ja dann haben wir noch stets willkommen erhalte die macht die türen der häuser von anderen sims auf und abzuschließen jedes mal um die erlaubnis zu bitten ein haus zu betreten ist wirklich umständlich mir kann nicht einfach nur uneingeladen ein haus betreten sondern die tür mit ein wenig vampire energie nach lust und laune auf und abschließen wird sich verwüstung hinterlassen aber klar und dann haben noch novice des okkultismus verbraucht weniger vampire energie mir beginnt mir beginnt ihre vampire energie und die verschiedenen einsatzweisen zu studieren sie kann mit ein wenig energie energie die gleiche wirkung erzielen durch weitere studien wird der verbrauch von vampire energie noch stärker reduziert ja also da brauchen wir drei tatsächlich drei kraftpunkte glaube ich mal drei mal ein dann glaube ich ich würde jetzt aber als erstes mal dieses hier auswählen und dann vielleicht den restlich die restlichen punkte dort verteilen und deswegen mache ich das jetzt auch einfach mal wir nehmen mal das und das ach so und jetzt brauchen wir zwei und dann beim nächsten mal wahrscheinlich drei ok und dann haben wir noch ein ja dann würde ich sagen dann nehmen wir den auch noch oder schwächen können wir jetzt noch gerade gar nicht aussehen gut dann nehmen wir den einfach auch noch oder nehmen wir doch nicht aber wir können ja auch jederzeit wieder weg machen gut aber dann machen wir das jetzt einfach mal wenn du weitere kräfte erhält hat diese konsequenzen wähle schwächen da du an stärke gewinnst ok äh äh wir sind jetzt frischgebackener vampir und danach sind wir vampir novice und ich hoffe das wird noch richtig cool wir stehen kurz davor kann man sagen so ich gucke mal was wir hier noch haben ähm level 3 der vampir saga fähigkeit erreichen da sind wir momentan level 2 das könnten wir mal eben in angriff nehmen wir haben aber vampire energie vampire verwendet energie um kräfte einzusetzen und sich von den segenden sonnenstrand zu schützen sengenden lade vampire energie auf indem du schläfst oder dunkle meditation praktiziert immer als fledermaus bewegen aktivieren oh mein gott das ist bestimmt so cool das müssen wir auf jeden fall gleich mal ausprobieren es gibt noch so viel zu entdecken hauptsache das kind furzt warum passiert das jedes mal wenn wir irgendwie sowas cooles machen dann ist das kind gerade immer irgendwie am furzen oder so guck mal das kind da was mit den kindern hier los wir sind völlig überfordert wir haben zwei kleinen kinder und wir sind ja ich würde auch heulen wenn meine oder so vor mir fliegen würde das wäre mir irgendwie auch zu creepy so kommen wir nehmen den mal wir spielen mal mit dem weil ich glaube da braucht man ein bisschen aufmerksamkeit oder traurig weil töpfchenunfall weil töpfchen benutzt hat okay also wir sind jetzt auf jeden fall das finde ich ganz cool wir haben jetzt weniger bedürfnisse und meine lieben freunde wir sind unsterblich ihr habt richtig gehört mir ist jetzt unsterblich und das heißt mir bleibt uns in der götzvg für immer und ewig erhalten liebe freunde solange ist die götzvg gibt wird mir dabei sein und leben denn mir ist jetzt ein vampir und somit unsterblich was natürlich richtig cool ist also ihr seht das schon die ist jetzt einfach erwachsen und bleibt jetzt auch so werden machen müssen als wir noch jung erwachsener war jetzt kriegt sie natürlich immer so komische anfälle aber das macht ja nichts wir sind eigentlich relativ gut drauf und wir haben 16 uhr ich würde sagen wir fahren mal nach vergutten hallo denn da ist unsere form egal da sind alle gleich da sind wir alle gleich so im moment wir fahren mal einfach hier hin wir fahren einfach mal hier hin und gucken uns das einfach mal an wir fahren alleine weil wir möchten ungestört sein wenn wir Vampir sind und er hat mich auch gefragt und das gebe ich jetzt natürlich direkt die frage gebe ich an euch jetzt wieder er hat gefragt wegen macee basee ob wir den beißen sollen dass er auch ein vampir wird würde ich nicht schlecht finden ehrlich gesagt würde ich eigentlich auch ganz geil finden wenn wir auch ein vampir mann hätten und dann könnten wir eventuell dafür sorgen dass die beiden mal so ein kleines papier baby das könnte ich mir gut vorstellen guck mal wie schön ne ja das kann ich mir gut vorstellen schreibt mir gerne mal in die kommentare wie ihr das seht ähm ich verwandle mich mal in meine dunkle form weil ich möchte nicht erkannt werden so los geht's mein gott sieht einfach nur cool aus an tür klopfen hier wohnt niemand wunderbar ich verbrenne gerade können wir mal eben hier hallo ähm nein nein was habe ich gemacht stopp ähm besuchen so wir müssen den haushalt besuchen weil hier anscheinend keiner wohnt wo wir sind wir haben es natürlich wieder verkackt wie immer und wir müssen dringend in häuser rein weil wir sonst wirklich verbrennen das wäre schlecht das muss man ja auch mal dazu sagen ne gut wäre das nicht ach freunde ist das nicht schön endlich hat das spiel immer wieder so ein bisschen pfiff ne das muss man ja auch mal sagen und ich freue mich auch schon mega auf den umbau von der girls wg das wird nämlich auch noch richtig geil an tür klopfen machen wir mal was ist hier das dringend brutzelnde epidermis epidermis okay entschuldigung ich habe ja kein deutsch so jetzt geht's los dunkle energie das durch dunkle meditation so jetzt mal drin das schön und hier ist ja auch ein vampir ne das ist ja ist ja ganz wunderbar die hat uns ja auch verwandelt um vampir training bitten das machen wir mal vielleicht kann die uns beibringen noch ein besserer vampir zu werden wir fragen sie einfach mal guten tag wie sie aussieht sie aussieht wie die vampir königin ihr habt mir auch in die kommentare geschrieben dass ihr lieber pinke augen haben wollt wirklich ich finde das nämlich sehr spooky so ihr sollt euch nicht durch die blume unterhalten ihr sollt euch unterhalten los geht's ich bin mit sicherheit der schönere vampir also mia zumindest das sieht dann noch was hallo wie mir aussieht ne die sieht einfach so geil aus das sieht so krass aus ja krass was passiert hä ach so ich level gerade wahrscheinlich ne ja tatsächlich es hat nicht geklappt du musst es noch mal versuchen ich muss noch mal von dir unterrichtet werden halluzinationen verursachen ja okay das bringt mir nicht das hätte ich gerne mir kann diesen ziemlich unterrichten dass sie entweder den gleichen oder niedrigen rang wie er besitzt okay ach so ja sie nicht aber sie könnte mich ja wenn ihr versteht was ich meine ein normales zurück ein an an ein normales leben zurückdenken ja erstmal fitness machen ist klar ähm was machen wir denn jetzt warte mal ich will dass die mich noch mal unterrichtet bitten einzuziehen kommt noch zu uns ähm moment bitten zu verwandeln hat sie kräfte zeigen ja das mach mal mach mal kräfte zeigen das will ich auch mal sehen kann man sich nicht auch so voll betteln boah alter was geht denn hier ab voll harry potter voll geil vampir dunkel vom verstecken immer als schleser maus bewegen aktivieren mach das mal das will ich auch mal sehen warte mal jetzt bin ich gespannt nein ist das geil das ist voll geil alter ich finde das mega geil ach guck mal die sind voll gute freunde äh dunkle meditation ich muss das mal eben machen tut mir leid freundin hallo hallo hab ich gesagt du darfst dir gönnen hey mia hier ist selin hast du lust heute abend mit mir abzuschängen nee selin mama ist beschäftigt ach das ich bin ja gar nicht ihre mama aber du weißt bescheid oder bin ich doch selins mama nee selins mama war mary ne komm schon ganz durcheinander alessia ist die tochter von mir so jetzt jetzt habe ich sie da alles wie das aussieht sie schwebt ja einfach so rum ne und sie tippt am handy ein bisschen social media erst mal twittern ja bei mir schwebt gerade ein vampir in der küche läuft so ähm zurück nach hause will ich nicht dunkle form verstecken will ich auch nicht ich will jetzt hier auch noch in diesem bestreben weiter kommen Level 3 der vampir saga da müsste ich doch eigentlich nur äh diese bücher lesen dann hatte ich die nicht bestellt alter wie sie mal mir vorbeifliegt voll cool Enzyklopädie da Enzyklopädie Vampirica Band 1 lesen das machen wir mal weil ich will unbedingt wissen ich bin doch total begeistert von von dieser beamerei Freunde das ist super ich finde es echt geil das ist voll geil lern sie jetzt ja sie lernt tatsächlich so warte wir machen mal auf schnell das schöne ist wir brauchen um ihre Bedürfnisse jetzt nicht mehr so einen Kopf machen weil sie eigentlich ziemlich äh einfach jetzt zu handhaben ist diese Passage besagt dass man Vampire davon abhalten kann Sims zu beißen indem man ausreichend Knoblauch im und ums Haus verteilt oh ja Knoblauch das wird wahrscheinlich unser größter natürlicher Feind sein ähm das ist auf jeden Fall schon mal eklig sooo Plasmabeute entdeckt Mia hat herausgefunden dass es für Vampire eine alternative Methode gibt um ihren Durst zu stellen sie kann jetzt Plasmabeute am Computer bestellen das ist wunderbar dann brauchen wir nämlich äh uns keine Sorgen machen dass wir jemand anders beißen obwohl ich den Macy Basie schon mal gerne anlaschen würde ehrlich gesagt so guck mal wie krass das ist so süß irgendwie die kleine Fledermaus hallo das ist voll niedlich weg ist sie Hauptsache sie beamt sich jetzt immer so 5 Meter beamt sie sich weißt du du wirst dich sicher über deinen neuen Vampir warte mal wir gehen mal eben dran du wirst dich sicher über deinen neuen Vampirenergie wundern sie nährt deine Kräfte sodass du verschiedene magische Dinge tun kannst aber keine Sorge wenn sie dir ausgeht kannst du schlafen oder dunkle Meditation praktizieren um sie wieder aufzuladen sie verbrennt jedoch in der Sonne wenn du dich ohne Vampirenergie im Sonnenlicht aufhälst verbrennst du als sei während des Tages immer vorsichtig also sei während des Tages immer vorsichtig ohne Vampirenergie das Tages ich meine okay verstanden ruf mich nicht mehr an ohne Vampire ja alles klar das wissen wir das haben wir verstanden der kann uns gerne nochmal anrufen der Gute der scheint nämlich ganz nett zu sein so und wir sind kurz davor hier ähm entwickle eine Schwäche achso muss ich eine Schwäche entwickeln? wenn deine Kräfte ansteigen musst du von Zeit zu Zeit deine Schwächen annehmen erst danach kannst du wieder neue Kräfte erlangen aber ich kann doch mhm mir hat so viel Mücke für ihre Beute ist sie gestresst von oben weil ich trinke mhm aber wir können ja im Moment auch nichts auswählen ich weiß nicht woran das jetzt genau liegt aber es müsste anscheinend einen Grund haben wir sind auf jeden Fall kurz davor hier äh im Level aufzusteigen liebe Freunde dehnen erstmal dehnen kann ich eigentlich wieder raus ist es dunkel? ja es ist glaube ich dunkel ne? wir gehen mal hier hin als Fletermaus hier hinfliegen finde ich voll praktisch da ist sie wieder ach scheiße ich wollte das einfangen bildlich Moment machen wir das mal hier das ist geil wir brauchen ein gutes Bild Freunde damit ihr auch alle seht wie geil das aussieht guckt euch das an das ist so geil voll cool irgendwie oder? ich finde das voll gut davon bin ich jetzt schon wieder so begeistert könnte ich jetzt schon wieder den ganzen Tag machen ähm ich mach mal eben ähm ach ne Quatsch das will ich wieder aktivieren stop 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 falsch 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 nochmal ähm genau Huskenora so kann ich hier nicht mal mit irgendeinem beddeln so? beddeln? die beddelbu? was mit denen hier ist die auch ein Vampir? hallo? bist du Vampir? bist du Vampir? nein ich glaube du bist kein Vampir aber du bist doch ein Vampir warum kann ich nicht gegen dich komm ich geh die nochmal aufwecken ich will mal gerne wissen das geht jetzt erst viel schneller weil sie sich überall hinbiegen kann ich würde jetzt gerne mal wissen ob sie äh irgendwie ähm gegen die kämpfen kann auch über Vampirdasein grübeln kann ich die nicht irgendwie angreifen? die Genay um Vampirtraining bitten wir machen das nochmal wir bitten sie nochmal um Vampirtraining was hat sie? nötige Nahrung wie niedrigen Durst es wird Zeit für die nächste Mahlzeit dann gib mal einen Schluck ähm Vampirkampf da erstmal Ratschlag zu Biss-Techniken warte mal wir gehen mal hier raus ähm können wir nicht zusammen hier hingehen? warte mal ich muss mal mit der eine Gruppe gründen ähm da war nämlich gerade dass man da irgendwie warte zur Runde hinzufügen dass man da kämpfen kann so jetzt ist sie nämlich der Runde beigefügt zusammen als Filter muss hier hinfliegen das machen wir mal wir gehen mal zusammen vielleicht kann sie das ja auch ich weiß es gar nicht ne sie kann nur rennen haha wir sind so cool wir können fliegen wir können fliegen und sie war trotzdem erster da glaube ich so ähm Kräfte zeigen ne ich würde jetzt mal gerne normales Leben da war es doch gerade irgendwo Kräfte zeigen Vampirkampf da das will ich jetzt sehen auf jeden Fall ich will einen Vampirkampf ja genau stärk dich nochmal Mia gute Idee und jetzt kommt der alles entscheidende da muss sie sich aber auch mal verwandeln macht sie auch geil alter alter wie geil ist das denn nein wir haben verloren das will ich nochmal sehen das war ja voll geil komm ruhig wieder in deine normale Form mein Fräulein komm wie sie aussieht was hat sie ihm für ein geiles Oberteil an sehr sexy an dieser Stelle Moment ich will die ich will die eine Szene so richtig geil drauf haben ja die ist geil guckt euch das mal an mein Gott wie krass ist das bitte ketschen 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 prügelei prügelei boah das ist richtig krass aber die geht auch richtig brutal mit uns um aber ich finde süß von ihr dass sie uns wieder aufhilft das zeigt auf jeden Fall dass sie auch ein netter Vampir ist ähm an ein normales Leben zurückdenken machen wir mal also sie verwandelt sich auch sofort wieder zurück also sie hat gar keinen Bock drauf als Vampir rumzulaufen kann ich verstehen wir sehen ja auch so viel besser aus als Vampir beschuldigen eine Alien zu sein nein Alien kann sie ja nicht sein sie ist auf jeden Fall ein Vampir ähm beste Freunde werden das machen wir mal guck mal wie gut wir mit ihr sind krass oh voll schön finde ich voll toll dass wir jetzt äh beste Freunde sind voll gut liebe Freunde haben wir sogar noch eine schöne Freundschaft ja liebe Freunde ähm das war's für diese Folge ich hoffe euch hat die Folge gefallen wir gucken uns jetzt natürlich noch ein bisschen in der Girls WG äh das Dasein eines Vampirs an und ähm ja wenn wir dann so ein bisschen hier im Level auch aufgestiegen sind dann denke ich mal werden wir auch mal wieder ähm die 100 Baby Challenge spielen und natürlich auch noch andere Spiele Planet Coaster habe ich im Moment das Problem dass wir die Aufnahmen dauernd abschmieren ich habe drei Folgen aufgenommen die sind alle abgeschmiert währenddessen also irgendwo dran liegt es ich weiß noch nicht genau woran und äh deswegen das kommt aber auch bald wieder ich habe da nämlich voll Bock drauf und äh ja was gibt es sonst noch ja Girls WG läuft jetzt momentan wenn das mit den Vampiren so ein bisschen durch ist dann äh werden wir anfangen umzubauen und die 100 Baby Challenge kommt dann natürlich auch wieder also die 100 Baby Challenge ist jetzt gerade kurz pausiert solange die Vampire hier so aktuell gerade sind denn wir spielen mit mir die Vampire und äh schreibt mir gerne auch mal unten in die Kommentare ob Macy Basie auch ein Vampir werden soll und wir ein kleines süßes Vampirkind kriegen sollen das wäre auf jeden Fall toll und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ich hoffe ja ihr habt einen schönen Tag das hoffe ich wirklich sehr ich hoffe es es wäre sehr schön für euch für mich übrigens auch also hau da rein ja 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 ja